Ich probiere das jetzt mal. Vielleicht ist das jetzt auch anders geworden. Ne doch ist richtig. Ja und verfordert der noch. Genauso wie also wie gesagt und auch noch dieses Rohholz bringt auch 1,5. So. Ja jetzt kann man dann eigentlich mitnehmen. Jetzt können wir auch das ganze hier abfarmen und dann mitnehmen nach Hause. Jetzt habe ich wenigstens auch mal Redstone gefunden muss ich ehrlich sagen. Die letzte Suchaktion mit Joel war doch eigentlich schon sehr sehr positiv. Das muss ich ehrlich zugeben. Also nochmal Dankeschön dass du dabei warst. So. Gut. Ja. Was kann ich denn jetzt eigentlich noch reden? Das ist jetzt eigentlich immer die Frage. Ich weiß es nicht. Scheiße. Ich habe manchmal so ein gutes Thema und dann fällt mir einfach nicht mehr ein. Ach ja. Apropos. Mein YouTube Hintergrund wird bald geupdatet. Und ich hoffe natürlich dass ihr es genauso findet wie ich dann dass es gut ist. Also ich muss es gut finden und ich weiß ganz genau dass es gut wird. Ähm ja. Schreibt mir dann einfach denn. Also ich mache dann ein Video und ich zeige euch nochmal ganz schnell kurz den YouTube Hintergrund so und dann einmal so im YouTube einfach mal so. Ja. Ja ihr werdet schon sehen. Und dann könnt ihr mal darunter schreiben dann. Also dann. Kommentare oder sowas. Scheiß. Wie ihr ähm das findet. Das finde ich natürlich sehr gut. Wann der Hintergrund fertig ist ist glaube ich das ist dann. Wenn ich. Ich weiß nicht weil ich das hochlade heute oder morgen. Das ist ne Frage. Ja. Also wenn ich das morgen hochlade dann ist das dann heute. Und wenn ich das heute hochlade dann ist das morgen. So irgendwie ne. Oh hat er mir jetzt nen Bogen gegeben ja. Boah. Guckt euch mal das ja. Ja genau jetzt hat er mich voll mit dem Bogen erwischt. Und jetzt hab ich ne totale Verletzung. Jetzt werde ich verbluten. So. Achja Leute wenn ihr fragt mir warum sei ich immer so. Keine Ahnung. Ich hab ich kein Schümmer. Das mach ich ne. So ja. Bäm 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 bäm. Oh. Bluber Blasen, Blasen, Super Blasen oder so. Ich habe letztens äh da kam dieses Spongebob der Film. Ohne Scheiß ich musste mich so totlachen wo ich den Scheiß gesehen hab. Weil ich kenn den ja eigentlich von früher und dann denkst du dir erstmal ja was ist denn jetzt los hier. Zeig sie mal was Gutes im Fernsehen oder sowas. So ne Art. Hab ich gedacht. Boah und jetzt müsste voll lava kommen. Ähm. Ja so hab ich genau gedacht. Boah jetzt kommt was vernünftiges im Fernsehen. Keine Ahnung ob ich das gesagt hab. Aber äh ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Ohne Scheiß. Ich mag eigentlich sogar. Bisschen Spongebob. Bisschen Spongebob. Bisschen Spongebob. Alter ich bin jetzt Level 20. Bisschen Spongebob. Bisschen Spongebob. Bisschen Spongebob. Bisschen Spongebob. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne. Ey da. Wirklich. Ich wenn ich das höre den Scheiß. Boah ich weiß sofort den Film glaube ich. Wenn ich muss ein Teil davon höre. Der riesige Treter zum Beispiel. Da war ich sofort. Ach Spongebob der Film. Genau. Ah hier bin ich da runter gegangen. Also wie gesagt ich mag den Film eigentlich sehr. Besonders andere Filme wie zum Beispiel Krieg der Welten. Oder Flut der Karibik. Oder. Ja okay Star Wars geht auch ja. Ähm. Oder 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 oder. Wie hießen die. Star Trek guck ich auch sehr gerne. Boah was mit denen Alter. Ach ja. Komm mal runter. Ja Star Trek guck ich auch sehr gerne. Dann muss ich ehrlich zugeben. Boah hat er echt jetzt eine goldene Rüstung dann an. Ja und ich krieg natürlich gar nichts. Bescheuert. Oder warte ich noch gerne gucke ist. Wie hieß er nicht. Wie hieß er nicht. Jetzt muss ich halt überlegen. Fluch der Karibik. Ach ja Herr der Ringe. Ich hab auch den neuen Film geguckt. Der Hobbit. Ich muss da ehrlich zugeben. Das ist ähm. Eine kleine Scherznummer von der Hobbit. Ich dachte jetzt eher so richtig wirklich Herr der Ringe. So ein bisschen mehr Action und so. Ne was kommt denn da. Da ist eher die Hälfte vom Film drinne. Da fehlt wirklich noch was. Ohne Scheiß. Da fehlt die Hälfte oder so. Am Ende siehst du dann nur so. Äh. Okay. So ich das. Komm das zeig. Dann siehst du am Ende so. Kurz den Drachen. Das da wieder wach ist. Und wo die Zwerge kommen und so. Und Bilbo Beutlin und so. Und dann. Ja. Dann ist Ende. Uh. Oh. Jetzt ist es auch gleich Ende. Ja. Und dann. Dann ist er in dem Film. Das finde ich einfach komisch. Was ist da für Filmengel? Oh. Komm explodieren. Oh. Ich dachte jetzt hinter mir ne. WTF. Oh. Ich weiß gar nicht. Wir wollen mal ein Achmed. Und jetzt ist da gar nichts mehr. Ja. Also. Ich meine jetzt räuchere ich mal. Ach. Räuchern soll ich schon. Jetzt. Reiß ich alles aus den Wänden raus. Und nehme die ganzen Items. Und dankeschön für diese. Äh. Ja. Für dieses Fleisch und so. Irgendwie sammle ich das gerne. Ich bin gerne so ein Item Sammler. Was eigentlich nicht so aussieht. Weil ich farm ja ungern. Aber ich. Ich nehme gerne Items ab. Von den. Ja. Von den. Monstern. Weil das ist doch schon angenehmer. Als wenn ich jetzt durch die Gegend laufe. Und vom Monster getötet werde. Statt dass einfach mal die Sachen zu sammeln. Oder sie zu töten. Dann kannst du wenigstens was erreichen. Warum ich letzter Zeit keine Videos rausbringe. Ja. Da gibt es viele Gründe. Ähm. Ja. Der erste Grund ist. Dass ich kaum. Äh. Doch Zeit habe. Aber. Es doch manchmal vergessen. Doch. Also wirklich. Ja. Ich. Ich merke dass ich vergesslich bin. So bin ich auch in der Schule. Keine Sorge. Ähm. Ne. Meistens ist das auch so behindert. Dass ich. Ja. Dass ich. Oh. Diamanten. Ähm. Dass ich. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen. Ja. Meistens ist das so. Hä. Was wollte ich denn jetzt sagen. Scheiße. Ähm. Ja. Irgendwie so und so. Ja. Irgendwie so und so. Boah. Fuck man. Was für ein Thema hatten wir jetzt gerade. Ach ja. Hoch lang. Ähm. Ja. Es gab sogar diese Probleme mit dem PC wieder. Also nicht die alten Probleme mit dem Lüfter. Darum habe ich mich gekümmert. Deswegen kann ich jetzt auch. Angenehm Minecraft aufnehmen. Muss ich ehrlich sagen. Ne. Das gab dieses Problem mit der Grafikkarte. Es war eine. Also. Okay. Manche werden da nicht damit klarkommen. Was ich da jetzt sage. Aber. Die ist eigentlich. Sag ich jetzt mal overclocked. So gesagt. Die ist. Wie nennt man dann auf Deutsch. Muss ich gerade über. Äh. Ja. Die ist hier. Die ist abgedreht. Ne. Ne. Die ist die. Ach. VTF. Wie nennt man sowas. Overclocked. Ja. Übertaktet. Genau. Jetzt kommt's. Übertaktet. Ähm. Das bedeutet. Die Grafikkarte ist. Ist nicht das Original. Sondern sie ist noch. Noch schneller. Noch besser. Ja. Die habe ich. Und durch das. Durch den Driver. Also durch den Driver. Ähm. Der eure Grafikkarte so gesagt. Ähm. Erstmal in Funktion richtig bringt. Ähm. Ja. Der hat automatisch Overdrive an. Das bedeutet ja. Wie gesagt. Overclocked. Und Overdrive. ist gleichzeitig kacke. Muss ich euch so sagen. Weil. Das habe ich gar nicht gescheckt. Dass Overdrive an war. Das war automatisch an. Wirklich. Im Hintergrund war das automatisch an. Und ich habe das nicht gewusst. Das war auch früher nicht das Problem. Weil wir das schon ausgemacht haben. So. Dann habe ich einfach mal probiert. Komm. Vielleicht taktest du mal die Grafikkarte runter. Auf 900 Megahertz. Überall. Speichertakt und. 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 Dings. Taktfrequenz. Ja. Auf 900 Megahertz. Jetzt läuft einwandfrei. frei. Ui. Also jetzt läuft einwandfrei. So. So rum. Ja. Also für die Leute die mal gerne irgendwas mit PC machen wollen. Immer daran denken. Musik. Unterscheidung. kommunileen.